Freunde und Freundinnen von Marvel und DC! Ich bin der Autor, Roby Bobby, Fotograf und Sammler von Actionfigur, seit 60 Jahre! Und nach so einem Langwarten und meine Fans haben mich gezungen! Mit Telefonaten, mit Briefe, mittel in der Nacht manchmal! So, ich habe jetzt endlich für euch, meine Freunde und Freundinnen und Fans, diese Bücher, die sind mehrere Bücher, ganz frisch gedruckt. Ah, fast habe ich vergessen, es gibt auch im E-Buch Format und wie Sie schon sehen können, in Print! für die IE MDR 114 234 235 24 riesig